hallo mein name ist alex und das hier ist epic champions ein spiel was ich jetzt gerade erst für mich entdeckt habe das hier ist die zweite runde die ich gespielt habe und ich konnte mir einfach nicht helfen und musste das einfach mal für youtube aufnehmen beispielsweise zurechtschneiden und damit lasse ich euch einfach auch schon mal in diese wundervolle mitschnittaufnahme von twitch viel spaß attention ein tannenbäumchen so nächstes ring ist fahr sagt er darf ich nicht durch so wo sind die die homies quasi ach da ist einer ok der hat einen haken ich bin voll da wohin i'm coming ich verstehe dich nicht das habe ich noch eh gedrückt grappling grappling Sollte ich vielleicht auch mal drauf achten, dass ich ja hier das Anbauzeug und so Muni für die, Muni für die Muni brauche ich zum Beispiel gar nicht Die kann ich aber auch nicht rausschmeißen Achso, Boden, da, ok Achso, das ist die gleiche Muni Was ist das los? Ähm In die Geräusche muss ich mich echt noch nicht hören Ach, wir müssen ein Stückchen, ok, wir laufen gerade in die verkehrte Richtung Wolltest du nochmal andeuten? Warum laufen wir dann? Achso, jetzt laufen wir drauf zu drastisch Achso, was ist das los? Ne, ne Rüstung war noch cool Und Rocksack Ich sehe das, aber schon wieder, Attention, Antennenbombo Was? Call him at the bottom. Let's explore this way. Fy misst, hier muss ich über Farad gerade. Mhm. Okay. Bessere Sachen schmierst du sofort raus. Cool. Care package being delivered. Care package incoming. Let's get to the LZ. Audio marked. Firing for threats. Setting up a zipline. Hostile over there. Might be some pasta exported. Direct hit. Fire. Reloading. No ammo. Hostile over there. Hostile over there. I am taking fire. I am taking fire. Reloading. Down the target. We can see the lead. Reloading. Reloading. Hostile over there. Fire. 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 Framefire. quelquesером out from fighting. Loading. Frag out. Frag out. We should go this way. Enemy spotted. Opening fire on the Abbey. Here I go. Round two. Repairing. Man ist das komisch. Das Spiel. Ja, ja. Ja, gut. Hallo, Bernie. Viel zu viele Geräusche für mich. Ja, frag mal nach. Funny. Ja, er birgt mich. Ich kann wieder belitt werden. Entschuldigung. Er hat den anderen auch geholt. Cool. Ja, er hat erfahren. Er hat es drauf und so. Er kann sich seine eigene Seilerutsche bauen. Okay. Okay. Er hat einen Werfer. Okay. Wow. Der andere ist einfach rausgekommen. Auch mal funktioniert. Braveheart. Ja. Und so. Langsam nehmen mich auf einen der anderen Seite. Ja. Der drei hat in und so. Der andere steht in eine andere Seite. Der andere steht mich sehr officer in der anderen Seite. Und so. Oh mein headquarters ist Ja. Kann ich jetzt eigentlich auch spotten? Nee, ne? Nee. Ah, mal gucken, wie das jetzt so wird, ne? So respawnen und so, um Gottes Willen. So, did you hear that? I messed that whip on the drum. There's been fire here. Do you see the other one? Where is it? Where is it? We are already inside the ring. Okay. Tell me. Tell me. Tell me. Okay. I can't climb up. I can't climb up. I can climb up. Oh god, I'm going to climb up. Oh, I can climb up. Okay. I can climb up. Let's go. Let's go. Yeah. Body shield. Hey. Okay, I'm coming. Body shield meh ich doch glatt. Optik's here. Close range. Round three. Beginning ring countdown. New kill leader avoided. I just got her on the ground. Hey, yeah, man. Thanks. Helmet here. Level one. Ja, ich hab's nicht gesehen. Hab ich eigentlich doch. Aber ich hab nicht ignoriert. Äh. Light ammo here. Aber er schmeißt hier alles einfach raus. Ich hab doch alles. Er schleust mich hier durch, ey. Wahnsinn. Okay. Okay, den Sprung krieg ich da auch hin, so. Kriegt doch vielleicht eine Lache. Ja, mehr. Achso, mehr nicht. Respawn in RP. Ja, tatsächlich. Dann geht's quasi in dem Spiel, dass man immer noch die Chance hat, seinen Teammate wiederzubeleben. Fuck. So ein bisschen. Vorsicht. Okay. Hab ich ja schon. Glaub ich. Ja, hab ich. Wo müssen wir denn hin? Oh, okay. Okay. Der Name ist schloss. Might be something good this way. 10 Sekunden. Ich kann nicht schauen, so eine Stolterstützer ne? Also ganz ehrlich, ich hab immer noch keine Ahnung was ich tue, aber... ...kann nicht schauen, so eine Stolterstützer ne? Die Mauer. Die Mauer. Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit! Der Befestigung der Befestigung. 2 andere Squadron bleibt. Befestigung der Befestigung. Befestigung auf der Befestigung. Longbow hier. Ja, Mara. Er ist ein Wahnsinns-Team-Mate. Hier ist es. Er kennt das Spiel, ich hab das gefunden, er kennt das Spiel. Drei verbleibende Squads, ihr könnt mich mal eilen. Jetzt bin ich hier direkt. Ich bin hier. Jetzt ist es, ich werde meine Schilder bekommen. Ich werde das Spielzeug. Zwiebeln sind. Ich werde mich verletzen. Ich werde mich reparieren. Ich werde mich überlassen. Ich habe ein paar Minuten. Der Ring ist nicht weit entfernt. Reloading. Ich habe einen Angriff. Angriff, da oben! Halbzeit. Der Ring ist nahe. Der Ring ist nahe. Auf da. Ich habe leider keinen Fall verstanden. Morgen. Wir sind closed. Freunde, ich werde da oben. Ich habe einen Mastiff. Rund 5. Begegnung. Reing the countdown. Hey, look. An incoming dropship. Making contact with enemy. Open fire. Frag out. Frag out. Frag out. Frag out. Frag out. Contact with target. Frag out. Jungs. Ach fuck.. Jetzt muss er noch nicht allein. Ich habe einen Zip-Line Ich nehme fire, Freunde Great, der Ring ist dicht Less than a minute Recharging shields Dann push die Masch Bumpte Acht Acht Abset Ön, ich habe die Messer Eineishbeammerung Schlimmer Schlimmer 2. Runde und Champion! So muss das laufen.